Mein Gott, so viele! Na, in Wahrheit haben wir schon mal alle, die nominiert sind, weil mal hier hinzukommen, das ist ja auch ein Weg, der viel Arbeit bedeutet und viel Zuspruch auch. Nein, das beantworte ich nicht. Diese Frage werde ich mit keinem Namen beantworten. Wer sich keinen Amadeus verdient hat? Weiß ich nicht. Ein Metzger.